So, Lena, aber was wir jetzt alle wissen wollen, ja? Wieso habt ihr denn jetzt Schluss gemacht? Das mit der Nase stimmt nicht. Gute Laune garantiert. Oder auch nicht. Hallo und herzlich willkommen, YouTube. Zum anderen Video. Ähm, heute ein 1 gegen 1 gegen Lena. Ja. Wir sind auch mega gut drauf, also daran liegt's gar nicht. Kann sein, dass ich eventuell voll am Ausrissen bin, weil ihr merkt schon, Hip-Aktivität geht ab. Also, ich bin heute richtig gehypt zu zocken, was aufzunehmen, was sagst du so? Das dachte ich mir auf jeden Fall. Schon einfach so ein... Ja, oh, es ging nicht, warte. Nochmal, Cut! Wer cut? Ich glaube, ich habe keine Freunde. Oh, es gibt keine Freunde, Punkt. Das Lied. Ich bin jetzt doch keine Freunde. Ne, ohne Spaß, ich feier das mega. Das 1 gegen 1. Mit irgendwelchen Behindertenwaffen. Alter! Nein! Ich laufe dir jetzt schon die ganze Zeit nach, ich schwirr's. Ey, du bist so... Ey, du bist so dumm, ne? Oh, schau's. Ich wollte mein Z4 nur hinlegen. Wie gesagt, wir zocken heute gegen Lena und meine Stimme ist so ekelhaft. Boots! Nein! Ey, du bist... Das ist nicht dein Ernst! Ich hatte einen Z4 abgeschossen. Das ist so wild. Ja! So, Leute, ich weiß, das habe ich wahrscheinlich jetzt im Video schon 1000 Mal gesagt. Aber die meisten von euch haben meinen Stream ja irgendwann schon mal geguckt. Und da ist die Flöte ja auch immer dabei. Und ihr wisst ja, warum wir sie Lena nennen. Aber falls ihr es nicht wisst... Und es immer noch nicht gecheckt habt, nachdem wir es 1000 Mal gesagt haben. Sie hört sich fucking nochmal an wie die Ex von Master Scorpion. Julian, du leckst gerade auf TS-Fall. Egal. Und weil sie sich so anhört, wie Marcel's Robin's Ex, muss man sie mal ausnutzen für ein Video. Weißt du, da habe ich auch gar nicht gefragt oder so. Da wird sie halt einfach gezwungen. So, Leute, was geht ab zur zweiten Runde? Da sind wir ein bisschen motiviert als vorher. Und jetzt zocken wir mit der P06. Und irgendwie... Warte mal, so ekel sind die Aufsätze gar nicht. Aber schon wieder ohne Map, weil ich absolut inkompetent bin. Und wir spielen hier wieder mit Lena. Und Boots! Warte, dazu muss ich aber jetzt einmal hier... Warum habe ich auch 5 gespielt, Alter? Für die, die mal in der Twitch verfolgen, oder mal ab und zu... Ich streame jetzt ja nicht so regelmäßig. Wir wissen ja, dass ich P06 vergewaltigen würde, wenn es die geben würde, in echt. Also auf PC natürlich. Da war so drauf. Aua, Lena, Schimmer. Weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen sich ein ganzes Game lang Lena nennen. Und du musst auch so... Dass alle wirklich denken, dass du es bist. Ja, du leckst so derbe. Ja. Oha. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Leck ich immer noch? Leck ich immer noch? Ha? Leck ich immer noch. Jetzt geht's grad nett. Und leben ja wie war Marcel so in einer Beziehung. Och Mann. Wer hat sie die Hose machen? Nein! Ich... Oh, da war sogar... Ich wusste irgendwie... Ich bin so lange nachgelaufen. Ich wusste irgendwie... Alter, du sagst, Kilo ist aber schön. Fick dich, Kilo. Sag noch einmal schön, ich bin nicht um. So, Einfälligkeit 10, ne? Ne, wisst ihr was? Hier einmal zum Beweis, dass... 10 NS ist für mich. Chill kurz. Ja, siehst du... Ich konnte... Ey! Wir machen lieber mal 14, weil wir sind natürlich auch, ähm... Nennt man das Profi-Feeder. Oh Gott. Sieht man hier gar kein Problem. Also Montage ist und so... Pumarsch. Ich weiß jetzt nicht, wer das sein soll. Aber ich spiele nur, wenn ich halt 14. Damit das auch, ähm... Nicht so... Ganz so einfach ist. Clips zu spielen. Ähm. Ähm. Ah, der trifft, ne? Ah! Lass mich sehen. Oh! Du wurdest so vergewaltigt, weißt du? Ja, du bist so am Leggen, das kotzt mich an, der, ja? Ich sag ja, Leute. Einfälligkeit 14 ist so... Ich hab noch nie so was Einfaches gemacht, Leute. Komm mal, seht ihr sie? Oh, okay. Der war scheiße. Man muss halt differenzieren, ja? Zwischen einem guten Sniper, so wie mich, ja? Und halt so diese 0815, die mir so ab und zu mal so ein 8-Mann-Feed machen. Ist das zu easy für mich. 14, Empfindlichkeit und dann mal... Hier. Ich zeig euch mal, was nur ich kann, okay? Willst du das auch sehen, Berlin? Oh, Alter, wenn sie jetzt noch gewinnen, dann fress ich einen Besen, Alter. Okay. Sogar mit... Sogar mit Tum... Oh, der müsste Magic sein, Leute. Oh mein Gott. Ich sag ja, wisst ihr, normale Kills ist gar kein Problem für mich. Ich mach sie einfach Magic, No-Scope, Empfindlichkeit fitz. Also, das ist... Also... Also... Ich glaube, es ist ein Beschluss. Bitte sagt mir, dass es mal Magic ist oder so. Halt einfach mal gar nichts. Ich schwöre, ich hab meinen Tum auch gezogen. So, Leute, ich hoffe, euch hat das kleine, aber feine einzigen, einzigen Darlene gefallen. Nein, das ist nicht Master Scrobat X, aber ihr könnt nicht abschreiten, dass es sich genauso anhört wie die X. Das haben wir so oft schon im Stream diskutiert, Leute. Ansonsten, ihr wisst ja, ich bin gerade in Berlin. Also folgt mir auf Instagram und Snapchat. Da beantworte ich immer regelmäßig Fragen, ob wir das ein bisschen länger dauern können. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche und... Haut rein. Und ja.